Hallo liebe Leute, es ist der Start hier von unserem Abenteuer-Trip nach Thüringen. Wir sind mit unserem Abenteuer-Projekt unterwegs und zwar im Sinne der Weltrettung. Die Gattenzwerge retten die Welt da oben. Der Manni und ich, den zeichne ich jetzt gleich noch. Unterwegs sind wir natürlich mit zwei Vitallis, nämlich mit denen können wir jetzt in die Städte reinfahren oder an die Städten, wo uns interessiert. Wir sind also mobil. Ja, und dann bleibt einfach der Ball und erlebt mit uns Abenteuer. Ja, hallo zusammen, ich bin der Manni mit dem Erhard hier auf der Thüringen-Reise. Und also mit den Vitallis, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Man ist also super gut in der Stadt unterwegs, ideales Fahrzeug. Genau, und wir kennen uns schon sehr lange, der Manni und ich. Die letzte Tour haben wir vor 40 Jahren gemacht, haben wir festgestellt. Und da waren wir in Frankreich drüben. Und jetzt durch Corona und Tralala bleiben wir lieber in Deutschland und entdecken mal das schön. Also wir fahren jetzt nach Erfurt rein mit unseren Vitallis. Ist auch sehr sehenswert. Auch nicht schlechter als Frankreich. Denke ich ja. Also, weiter geht. Und da war's? Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.